Warum sind denn Sie heute hier? Ich bin wegen der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Was macht das so besonders für Sie? Nur, dass man Leute kennen, die man sonst ganz so nicht sieht. Und waren Sie schon öfter hier? Nein, ich bin das erste Mal hier. Interesse halber, weil der Bundespräsident kommt und dann das Militär und so weiter und so fort. Man sieht sehr viele Menschen, interessante und weniger interessante. Erstens, weil die Festspieleröffnung ist und vor allem, weil es der Beginn der letzten Saison von David Poundweg ist. Da möchte ich einfach auch persönlich dabei sein. Ich halte einfach interessant zum Schauen, was es da alles gibt, die Leute und die Kleidung und Atmosphäre halt. Weil wir eine Einladung haben. Waren Sie schon öfter hier oder ist das die erste Eröffnung? Seit 40 Jahren. Ist es jedes Jahr etwas Besonderes? Es ist immer etwas Besonderes. Was ist mit Ihnen? Für mich ist es auch etwas Besonderes. Und mit meiner Frau gehe ich natürlich auch mit.